die liebes flamme mariens zu ehren der wunde der rechten hand im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes amen zu ehren der wunde der linken hand im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes ein zu ehren der wunde des rechten fußes im namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesname des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Die Mutter Gottes bietet uns von Ungarn ausgehend ein neues, einzigartiges, kostbares Gnadengeschenk an zur Rettung der Welt. Es ist die Liebesflamme ihres unbefleckten Herzens. Helft mir Seelen retten. Ich gebe euch diesen Lichtstrahl, diese Flamme der Liebe meines Herzens in die Hand. Dieses Licht wird Satan verblenden. Wir werden mit dem Feuer der Liebe, das Feuer des Hasses löschen. Diese Gnade habe ich durch die heiligen fünf Wunden meines göttlichen Sohnes vom ewigen Vater vermittelt. Die Gnadenwirkung meiner Liebesflamme gieße ich über alle Völker und Nationen aus, über alle, die mit dem Merkmal des Kreuzes von meinem Sohn Jesus gekennzeichnet sind. Darum will ich, dass die Liebesflamme Flamme meines unbefleckten Herzens überall bekannt werde, wie auch mein Name überall auf der ganzen Welt bekannt ist. Die Gnadenwirkung meiner Liebesflamme erstreckt sich auch auf die Sterbenden und die armen Seelen im Fegefeuer. Mit Hilfe eures wachenden Gebetes wird der Kampf des Satans mit den Sterbenden aufhören. Solange jemand sich auf meine Liebesflamme berufend, nächtliche Anbetung hält, solange wird kein einziger Sterbender in seiner Umgebung, das verspreche ich, verdammt werden. Wenn ihr viele Sühnesseelen seid, dann nehme ich auch fünf Minuten pro Person an. Je inniger die Bitte, umso mehr wird Satan geblendet und der arme Sterbende schöpft neue Kraft, um über sein zukünftiges Schicksal richtig entscheiden zu können. Ich breite meine Liebesflamme auch über die armen Seelen aus. Jene Familien, die am Donnerstag oder Freitag zu Hause eine Sühnesstunde halten, werden die besondere Gnade erhalten, dass ich ihr verstorbenes Familienmitglied nach einem einzigen Fasttag eines Familienmitgliedes bei Brot und Wasser innerhalb von acht Tagen aus dem Fegerfeuer befreie. Wer an einem Montag bei Brot und Wasser streng fastet, befreit eine Priesterseele aus dem Ort der Läuterung. Man soll nicht hungern, man muss Brot und Wasser zu sich nehmen. Wer sich auf meine Liebesflamme berufend, drei Abbe Maria betet, befreit eine arme Seele aus dem Fegerfeuer. Wer im Monat November sich auf meine Liebesflamme berufend, ein Abbe Maria betet, befreit zehn arme Seelen aus dem Fegerfeuer. Eine solche Gnadenflut wird noch niemals gegeben, seit das Wort Mensch geworden ist. Ich brauche euch alle. Mein unbeflecktes Herz kann diese Flamme der Liebe nicht mehr in mir verbergen. Ihr müsst euch um die Verblendung Satans bemühen. Von jetzt anfügt an jedes Gebet, das ihr an mich richtet und das Satan verblendet, folgende Bitte hinzu. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Liebesflamme Rosenkranz zu Ehren der Wunde der rechten Hand im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand def depending der sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesschlamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mein Gott, ich glaube an dich, weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich, weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich, weil du über alles liebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnaden wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Schmerz, überflute die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens Mutter, rette uns Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit Amen Maria mit dem Kindelieb Uns allen deinen Segen gib